Termins League Gruppenfaser in Amo Dresden gegen Celtic Glasgow. Sollte ja kein Thema sein. Ach, da geht's schon gut los. Schau mal, wie stark da gibt das. Immer lieber eine Witte rein, oder besser gewesen. Naja, ich weiß wie das die Chancen hat 3 Minuten, 3 Minuten sind nicht schlecht, aber. Boah. Boah, weil ich einmal zu viel auf die Tasse drückt. Was ist passiert? Boah. Da geht's ja nicht. 7 Minuten, 3 Torshangen. Ist ja schon mal nicht übel. Da bringt's bloß nichts, der Ball muss rein. Ja, das ist alles gut. Ja, das macht eigentlich nix. Das macht wirklich nix. Ich muss manchmal die Spieler reagieren und verwarnen. Ich habe schon gesehen, dass es Abseits ist, aber die PSP macht ja keine Fehler. Ich muss das 11 Meter geben, aber ich werde von den Füßen geholt. Ich werde von den Füßen geholt. Ja, jetzt der Brenner. Da kommt er nicht festhalten hier oder abgefälscht. Nachschuss. Sehr gut. 1-0. Boah, wo schwingt denn der nicht? Boah, aus. Aus die Maus, locker vom Hocker. Ja, ich werde von den Füßen geholt. Was ist das? Komm schon. Boah, das ist ruhig. Oh, mein, 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 mein. Oh, mein, 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 mein. Oh, mein, 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 mein 1. 2. 4. 1. 4. 7. 10. 10. 10. Nimm eine Ecke gibt es. Absatz! Nimm eine Ecke. Nimm eine Ecke. Nimm eine Ecke. Boah, ruhig. Der taugt ja nun mal ja nix. Obwohl, den muss ich denn mal wegnehmen, weil der ist ja der Wahnsinn. Boah, will er dran gewesen mit der Hand. Pause! Mal hin. 1-0, es war keine große Führung, aber wichtig sind die drei Punkte. Mal hin, kannst du dich auch jetzt sagen? Boah! Das gibt's ja nix. Ach, das habe ich genommen. Mal hin, du dich lieber so zu kurz presten! Mal hin, du, dass du dich bist. Mal hin! Mal hin! Mal hin, du siehst du, dass du dich näher bist. Mal hin. Ich wechsle jetzt aus, da kann das noch einen gelaufen. Der humpelt ja bloß noch da. Da sind die schlimmsten Haufen Geld verdienen und dann da rumhumpeln. Naja, jetzt mal gehen abgeschossen oder diesmal halt der Treu getroffen. Ach, das geht nicht los. Ne, dann kommt er natürlich gleich wieder zurück. Über die Ecke. Ja, ich hab da eigentlich in die andere Richtung gegriffen. Hö, da auf. Oh, schutz und Pfund aber nach. Mann, oh Mann. Check it. Oh. Mann, oh Mann. Was ist denn da los? Boah. Das ist nicht der Nudebep. Nein, da steht auch keiner. 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 Jetzt sind wir nochmal in Glasgow. Und das ist ein Nudebepunkt. Entschuld dance. Und das ist ein Nudebepunkt. Nein, das ist richtig. Fuh da. Nein, der ist auch der Lamm-Raschi. Excellent. doris in hier die stürmer in hier von also die bauern doch hier ob er hier Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich bin da dreimal aufgehoben, nichts passiert, abseits, wechsel, ich bin da, diem aufgehoben. Boah! Boah! Knapp! 1 zu 0 ist ganz noch wenig. Die Zeit passt mir überhaupt nicht. Weil... Jetzt... Ich nehme die Angst, scheiße zu spielen. Boah! Auf jeden Fall. Boah, jetzt kann sie nicht vernünftig klären, Mann. Noch ein Powerplay hier, weil die Leute... Ach gut. Ball festhalten. ... 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